Schwer zu entscheiden, welcher deiner Freunde sterben muss. Die gute Nachricht ist, einer deiner Chooms ist schon tot. Er wäre geehrt, dich auf einem Selbstmord-Trip zu begleiten. You, me and Arasaka Tower. Klingt nach einem Songtext von Eurodine, ich weiß. Aber das wird absolut Nova. Okay, ich muss zugeben, ich habe nachgelesen, dass es noch ein Secret-Ending geben soll. Und zwar, wenn man ihn bei wahrscheinlich 60-70% hat. Und man musste einfach warten. Ich habe jetzt 5 Minuten gewartet. Knapp, weiter Ausbau mit Rogue. Und dann kam er mit diesem Satz. Okay, wie lautet denn dein Plan? Und, was genau sieht dein Plan vor? Plan? Naja, wir können es auf die Rogue-Art machen. Ich würde sagen, du schnappst hier die dickste Wumme, die du finden kannst, gehst durch den Vordereingang und mäßt dir den Weg frei. Und wenn Mikoshi so weit unten ist, wie Hanako behauptet, musst du nur den Fahrstuhl finden. Wenn ich schon sterben muss, dann am besten in Flammen mit der Waffe in der Hand. Nur ich, sonst niemand. Du hast gerade zusammengefasst, wie man zur Legende wird. Schnapp dir dein Eisen. Aus geht's. Okay, dann bin ich mal gespannt. Kann ich hier speichern? Waffen und andere gefährliche Materialien mitzuführen, ist nicht gestattet. Ich darf nicht sprechen. Wir wünschen einen an... Ich habe keine Waffe. Oh Gott. Ja, danke, wenn ihr mich... Es wäre schön, wenn ich die Waffe hätte ziehen können. Willkommen im Arasaka Tower. Waffen und andere gefährliche Materialien mitzuführen, ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. So, okay. Kurzer. Überhitzen. Optik. Das ist deren Gebiet. Wir haben das schon tausendmal geliebt. Oh Gott. Okay. Bevor wir irgendwas anderes machen. Wir machen Inventar. Uh. Okay. Und machen... Brauchst Güter. Wir machen 20% mehr Leben. Mehr Ausdauer. Ja, Speicherpunkte klingt auch gut. Jetzt müssen wir jetzt mal alles rausbekommen. Ausdauernd. Hatten wir nicht irgendwas, was die Resistenz noch zurzeit erhöht? Hier, Sättigung ist gut. Und... Das ist auch gut. So, was ist das noch? Ich glaube, der ganze Rest kann man... Interessigkeit? Ne, das kann man vergessen. Okay, können wir speichern? Okay, das ist ein absolute Selbstmordkommando, was wir gerade machen. Ja, das wird das geheime... Ende sein. Okay, wir sollten ein bisschen furchtig vorgehen, weil ich echt... ...absolute Klass-Kanone bin, wie ihr wisst. Da ist irgendein Netrunner, der sich... Ne, Relic. Warte, Moment, da ist ein... Kannst du da irgendwo einhacken? Okay. Ganz kurz. Ein kurzer. Ganz kurz Optik. Okay, dann können wir überhaupt nicht kurz noch den anderen machen. Was ist das? Als der erste Tower in die Luft flog, waren die Labors unterirdisch. Sie sollten den Fahrstuhl suchen. Machen wir gleich, wenn wir... Mal gucken, ist hier was bei dir. Oh Gott. Nur die Fehlfunktion noch. Wir können echt nicht speichern. Gibt es hier keinen? Warte mal, ganz kurz. Gibt es hier vielleicht einen Laden? Wo ich sicherheitshalte, dass es einen Autosave gibt? Ne. War am Anfang. Scheiße. Der will ein Zugangschip. Moment. Erstens habe ich gemerkt, dass hier noch irgendwelche Gegner sind. Zweitens, wir müssen mal... Ähm... bisschen was... Können wir mal kurz was herstellen vielleicht? Ne, geht gerade. Oh Gott. Okay, also ich war nicht darauf gefasst, dass das jetzt so ein Ende wird, um ehrlich zu sein. Aber... Wir bringen... Wir bringen 40% und wir haben hier noch was. 15%. Wo sind welche? Wir brauchen eine Wa... Mit Autorität. So eine hat einen Zugang. Okay. Optik... Überhitzen. Schöne weit zurückfallen lassen. So. Da drüben ist noch jemand. Oh, da und die Fehlfunktion noch. Ich glaube, das sind wieder welche, die sich... Puppen können, oder? Können wir sie mal ganz kurz heilen? Achso, das geht nicht, weil das drüber ist. Okay. Kurzen. Der andere kriegt... Ne, ich will den anderen. Kurzer. Nicht schießen! Gegen schießen. Erst schießen, dann nicht schießen? Was ist denn das für eine Idee? Was für ein Lehrbuch stammt denn die? Agent Arasaka. Wo ist noch einer? Ja, irgendwo. Oh Quatsch. Komm, da muss noch jemanden. Boah, da hat die Fehlfunktion noch. Leute, ihr wisst schon, dass ich hier schwer spiele. Kann ich bitte mal den wieder reinkriegen? Jetzt bitte keine Bugs mit der Steuerung. Echt schön. Kurzer. Überhitzen. Okay, ein Zimmer wird bald interessant. Zugeben. Okay, das ist ja absolutes Taubenschießen gerade. Johnny, was hast du getan? Okay, der macht Optik. Oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit machen kann. Ob ich das Gegner ständig besiegen muss oder ob ich einfach nur dort mal was mitnehmen muss. Ich will jetzt ja langsam mit den Turntauben schießen. Da sind mindestens drei irgendwo. Sie lassen aber rechts, oder? Hier wird sicher. Gut, dann kann ich drüber speichern, oder? Zugangsschiff, oh wo? Zugangsschiff, damit sollte der Fahrstuhl gehen. Okay, und das ist jetzt mit Laden, ist jetzt am Einspeicherstand. Okay. 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 Ich würde sagen, unten wartet eine richtig fette Willkommensparty auf uns. Gut. Wenn wir schon abtreten, dann wenigstens mit Feuerwerk. Wird ein Hinterhalt ganz klar. Konzentrier dich, du bist besser als die. Können wir ping? Die Wichser mögen kein Vorspiel. Da oben so irgendwas in das Schützturm-Protokoll. Wo ist der Schützturm jetzt da? Okay. Okay. So, Leute. Das Ding. Aber shit. Das Ding. So, der Schützturm. Ich bin nicht schärf. Ich bin nicht schärf. Ich bin nicht schärf. Gott. Das kann nicht gut werden. Haben sie denn hier gerade rausgekommen? Ich darf nicht rein. Achso. Freitzaam. Uiuiui. Okay, Leute. Können wir uns irgendwas herstellen? Können wir unsere Widowmaker vielleicht einfach stärker machen? Ist jetzt eh egal. Upgrades. Widowmaker. Gott, der wird zu niedrig. Achso. Okay. Können wir das aber vielleicht noch einfach höher machen? Bitte um Megas Branche. Ach du Scheiße. Okay. Können wir irgendwas... Oh Gott. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir einfach hier drin sterben werden und das Ding mehrfach machen dürfen. Ist ja eh egal. Wir können alle Waffen hier auseinander nehmen. Diese erlauben. Weil brauche ich eh nicht mehr. So, finde ich da genug, um vielleicht hier diese Aufwertung hinzukriegen. Ja. Okay. Das heißt, jetzt habe ich eine Widowmaker. Wir machen mit der Mods natürlich dran. Die ist natürlich schon rausgeflogen. Wir machen Schadensmod. Schaden erhöhen um 5. Gibt es da irgendwas besseres? Gibt es da irgendwas besseres? Kritschutzhaden um 6. Trefferchance um 2. Schussrate erhöhen. Äh... Verringert Lader. Das ist echt Schaden um 7. Okay. Okay. Dann ändere ich natürlich hier. Schaden, das sieht es immer gut. Mehr Schaden und Crit-Chance klingt auch gut. Okay. So, wenn ich jetzt Item herstelle und versuche das noch zu upgraden. Meine gute Widow. Brauche ich das noch? Ne, blockiert. Ist jetzt weniger Schaden als zuvor? Vielleicht auch mal ein Auto-Safe. Ah, doch. Es gibt Auto-Safe. Uh. Aller 10 Minuten. Okay. Wenn ich jetzt 10 Minuten überlebe, bin ich ja dabei. Okay. Kann ich irgendwo rein? Da drüben gibt es was. Okay. Kann ich ausschalten. Bei uns sind ein Haufen Leute. Das weiß ich noch. Okay. Die Überwachungskamera. Und wir können auch pingen. Das gibt mir alles was ich brauche. Nämlich. Ich kann den von außen. Eigentlich könnte ich den von außen erledigen. Geil. Dankeschön Spiel. Hat gut geklappt bisher immer. Natürlich jetzt wo ich es brauche mal. Lebe kurz jetzt nicht. Okay. Der kommt durch. Wo ist der denn? Dann kann ich nochmal wegwerfen. Kann ich ein bisschen weiter werfen. Dann wirst du bereuen. Also. Dann wirst du nicht. Was ist das? Gut. Ja. Ich habe doch geschlafen. Ja. Ich habe dann neuer. Aber ich habe es kippen. Okay, Leute, wir müssen jetzt ein Taktischer vorgeben, sonst komme ich hier nicht weiter. Ping. Ich möchte gerne alle Gegner einpingen, weil kann ich die Gegner von hier oben killen. Warum kriege ich keinen? Normalerweise, ich pinge einmal und ich habe alle. Wo sind die alle hin? Hier hinten einer links. Das heißt, alle rechts in der Ecke. Okay, wir machen einen Ping mal. Okay, du kriegst einen kurzen. Gut so. Bleib liegen, du scheiß Kerl. Ah, nee. Wo die Kamera noch? Die wegfliegt. Ja. Okay, da lebt noch irgendwie. Grundschafter. Geh ich schon in die rein? Ja. Ach, das ist schwer. Sorry, ich gucke ein bisschen auf die Zeit bei mir, ob ich ein Autosaf kriege. Okay, aber bei 58 kriege ich einen. Puh. Aus aller Viertelstunde. Muss ich nochmal fahren mit und warten, dann kriege ich den nächsten Autosaf. Denn ich bin immer noch... Nee, ich darf nicht vielleicht. So, darf ich hier? Was auch schon, oder? Sorry, ich leute ständig nach, weil ich Angst habe. Also, ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass man hier mit den Hackerskills gar nicht so gut weiterkommt. Denn... Wenn ich mich jetzt pinge... Dann haben wir schon gemerkt, dann sind gar nicht zu viele Gegner ausgewählt. Das Ding ist, die werden dort hochkommen. Hey, hier drüben! Ich bin kein Experte, aber das sieht für mich aus wie der Tower Mainframe. Irgendwie was passiert, wenn Paul drin ist. Achtung! Mein Kontakt! Ich greife an! Hinter, hinter um die Ecke. Okay, zwei Typen, die mich wieder vergessen haben. Das ist... ...sehr clever. Ach, immer ich durch Türen schießen kann, aber... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Halt Kontakt! Wird eine Schadenszahl? Ne... Okay, wenn ein Alt drin ist. Ich nehme den. Es wird trotzdem noch alte Aktivisten, dass wir vielleicht nicht gegen alle Mechs kämpfen müssen. Was ist das gute Nummer noch? Haben wir sonst noch? Können wir bitte einfach... Also... ...ich ganz ehrlich. Ich bin nur einer Ping-Aufgabe. Die ich gerne mache. Wäre es jetzt so gewesen... Ich hab doch die ganze Rüstung an, oder? Die ich hab? Ja. Oh, scheiße, ey. Das... Das macht's ja nicht leichter. So ständig das losgeht. Gerade 18 ist es so irgendwie... Ich kann nicht mehr hochheilen. Das ist das Problem. Ich bin grad unsicher, ob das clever was ich eigentlich gemacht habe hier mit dem... ...Mad Pack. Kann ich da unten irgendwas auswählen? Nein. Okay, den hat's zerrückt. Tut mir leid. Das... Weiß ich nicht, was es war. Ganz ehrlich. Oh du Gott. Ich warte mal ganz kurz... ...hoffen, dass es noch speichert. Ist mir übelst lieb. So, na gut. Wir gehen langsam wieder vor. Langsam hab ich... So. Oh Gott. Kann ich diese Türen vielleicht auch irgendwie manuell steuern? Also auch zuhalten? Wo sind die? Immer deine Waffe weg bitte. Oh, da hinten, oder? Da ist ein Mesh. Den kippen erstmal kurz. Dann können wir bitte ja pingen. Da solltest du dich stehlen und der kriegt noch Blutzen. Das blieb jetzt mal alles super. Super Idee. So. Der Mesh ist nicht ganz breit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Treppe ging doch irgendwo dort vorne runter. Oh, ich hab hier totalen Scheißwinkel ey. Ich komm wie aus dem Präsentierteiler hier raus. Während die großen Spaß haben. Also gerade alles was ich sonst habe durch... ... aufgrund meines... ... hacken ist. Verlierer ich hier. Genau. Das ist ein Roboter. Undeutig. Ich kann sich halt nicht mal eher reinhacken. Ganz ehrlich. Guck mal, das ist dort wie eine riesen Mäute. Seht ihr das oben auf der Minimap? Gerade ruckelt das auch noch. Geil. Okay, das sind alles Roboter. Da haben wir noch was nach, falls ich ein paar mehr Schüsse brauche. Kann ich mir das irgendwo sonst reinhacken? Irgendwas noch machen. Dass es mir irgendwie das Leben ein bisschen vereinfachen könnte. Nee. Du kriegst einen kurzen... Und was haben wir sonst noch? Mach den Enten fest, die Können! Das ist ein Befehl! Ein Befehl. Tja. Hier sieht erstmal gut aus. Da kann ich mal pingen. Dadurch kriegen wir eigentlich den rein. Wo noch eigentlich? Okay. Wer schießt hier? Ohne Sichtkontakt zu haben. Ich kann bitte noch mal pingen. Dankeschön. Genau. Okay, das spare ich doch nicht automatisch. Ich glaube es ist einfach nur, weil ich runtergefahren bin. Zumindest den Punkt haben sie mir geübrigt. Mal zu machen. Langsam, schön langsam. Also. Äh. Komm ich nicht rein? Ja, bin ich gerade doof? Ne, ich muss hier runter springen oder was? Ist das echt eure Idee davon, wie ich hier weiterkomme? Ja, ich muss runter springen. Deswegen haben wir dort eine Linie gewartet. Schön hier beim Übergang. Dann will ich runter springen. Das ist aber ganz schön halsbrecherisch, weil... Ja. Ach, ich will dort nicht überall hin. Oh Gott, oh Gott. Das ist doch alles voller... ...voller... ...bösartigkeit. Können wir nicht alte bisschen eher einsetzen irgendwie? Hinter eine Möglichkeit. Wie schickt die mich gerade? Hier lang? Hier raus, wo ich nicht rauskomme. Dankeschön. Da runter, ne? Danke. Das ist, äh... Als allerliebst. Ich muss springen, also. Ich kann ja auch nicht grad nicht speichern da... Okay, ein bisschen runter. Ja. Das wird selbst... Da hinten ist das... ...Gegner? Könnte habe ich sehen. Rot. Wir stehen mal ganz kurz drauf. Genau. Wenn nichts. Da hinten kommt garantiert Gegner raus. Drüben da steht's... Ah, okay, da ist der Mesh. Kann ich mal bitte wieder bisschen weiter hochkollen? Scheiße. Moment, ganz kurz. Liegt das irgendwie an meinem... ...Medikamenten? Nehmen wir ganz kurz die hier. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu kriegen. Ich glaube, ich hätte das mit dem Mediapack mal lesen sollen. Okay. Das Problem ist, dass da dieser Ausgang... ...Eingang, was auch immer gegangen ist. Da ist ne Kamera. Okay, zurück. Sorry Leute, ich bin hier wirklich ein bisschen wie ein Hase, weil... ich hab noch mal viel Leben. Dieser Gesundheitsboost hat mir nichts gebracht. Das hätte ich echt sparen können, weil ich die ganze Zeit jetzt mit nur 40% Leben bin, dass ich wirklich nur einen Schuss aushalte. So, ich sollte vielleicht auch nicht hier an der Mediapack mal ganz kurz... Oh, mal kurz Interesse halber. Ich sollte vielleicht das Zeug mal abschießen. Das ist ein Schuss. So, kann ich die von drüben sehen? Doppeltürer. Das sehen niemanden. Oh Gott. Da hinten ist der andere. Der macht irgendwas komisches. Da. Du kopierst. Gut. Was tut dort? Oh. Warte mal ganz kurz. Wo habe ich gerade einen mit dem gehört? Ah, ne. Da hinten ist irgendein Roboter gewesen, wenn ich's nicht verstanden. Da hinten ist irgendwas. Das muss man nicht erkennen. Da, zur Seite ist was. Oh Gott. Kurzer. Bitte. Scheiße! Wir sind ungeschüttt! Das musst du dir echt damit übertreiben, oder? Nicht wissen, wie das mit 20 Level niedriger ist. Ich bin hier schon öfters lang gelaufen. Ich weiß es in einer anderen. Das ist mal von hier oben runter gekommen dann. Das Problem ist ja einfach nur, die meisten Gegner waren schon tot gewesen damals. Hier drin ist natürlich auch perfekt zum... Bitte hat man gespeichert? Nee, nicht. Okay, die Kamera müssen wir vor allem erst mal erledigen. Oder übernehmen, weil weiß es ist egal. Eins und beiden. Was sind die? Über... Übermehr ist die? Gut. Am liebsten würde ich mal den Dot, glaube ich, von diesem Medipack auslaufen lassen, damit ich wieder heilen kann. Deswegen, ich mache eine ganz kurze Pause, bis das wieder ausgelaufen ist und dann geht es weiter. So, ich glaube, man verliert sogar Leben über die Zeit. Also, man stirbt hier sowieso. Was natürlich total scheiße ist, weil wie... Oh, was? Ah, da haben wir was. Weil ich habe jetzt 231, ich glaube, jetzt habe ich schon 200. Ach, ist doch einfach nur scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. So. So, wo haben wir dann? Gegen da oben ist irgendwas. Kundschaft da. Es wäre kein Problem, wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, hier zu pingen. Aber wir haben die halt nun mal nicht. Das ist gerade für jemanden, der die ganze Zeit mit Cyberzeug gearbeitet hat. Extrem scheiße. Oh Gott. Ich vermute, ich muss einfach schneller sein in dem Ganzen. Was auch, dass er beschissen ist. Und total isosorisch ist auch. Weil, wie soll ich das schaffen? Das Rook ist übrigens die ganze Zeit jetzt gerade. Ich vermute, weil ich einfach die ganze Zeit Rallye habe und so wenig Leben. Ich weiß nicht, ob es ein Bucke ist oder allgemein so ist, dass man halt zu wenig Leben hier hat. Oder weniger. Übrigens kommen die von hinten. Oh, kein so Potenzial. So will noch jemand? Ja. Du willst noch. Nein! Ach, scheiße. Oh, nee. Okay. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ich glaube, wir kriegen kann man einen Schaden. Übrigens über Zeit. Also das heißt, ich muss hier auch schneller vorgehen. Habe ich das gewusst? Also steht das vielleicht bei der Quest auch da? Ich hätte einfach eine Quest lesen sollen. Und für die Reaper. Naja. Ihr seht, ich habe jetzt keinen Schaden gekriegt. Und trotzdem habe ich wieder x Lebenspunkte weniger. Vergib dich einfach! Versteuerung! Wo bleibt die Versteuerung? Feuer! Feuer! Deswegen bringt auch Quickhacken gerade überhaupt nicht. Weil wir müssen einfach vorgehen. Einfach vorwärtskommen. Ganz wichtig, sehr schnell. Hätte schon den Anfang anders gespielt, glaube ich. Heut Kontakt! Ich greife an! Ich glaube, da kommt noch einer, wenn ich mich recht entsinne. Hey! Hier drüben! So, jetzt gucke ich erstmal. Ich glaube, die Waffe hatte ich noch nicht verstärkt. Zu dem Zeitpunkt 8 oder 7. Na gut, ein bisschen mehr Schaden. Ich bin kein Experte, aber das sieht für mich aus wie der Tower-Mainframe. Ja, ist okay. Sehen wir, was passiert, wenn all drin... Scheiße, ey. Da fehlt mir gar nicht die Mission. Faltkontakt! Ja, warum kann ich mich wieder hochheilen? Ne, ist gut. Wollte schon sagen. Nichts gewundert. So, also hier drüben war um die Ecke. Ah, jetzt ist los. Nämlich da war einer. Können wir es mal kurzen. So, dann sind dort tauchen Roboter gewesen, hatte ich gesehen. Können wir Optik machen. Da hinten kommen die Roboter gerade raus. Was? Na? Na? Ne, kriege ich gerade nicht ran. So, da hinten ist irgendwo einer. Wer kriegt einen großen? Wer kriegt... Ping einfach mal, damit ich den sehe. Zumindest jetzt, wo sie her sind. Ah, auf einmal geht Ping auch wieder. Mensch Leute, was ist denn hier los auf einmal? Da hinten kommt einiges an. Okay, es war einfach wieder Bug des Spiels. Ah, das ist das Scheiße. In der letzten Mission noch so ein Bug des Spiels. Dann, okay. Jetzt machen wir aber schön. Jetzt nutzen wir mal Hacking aus. Achso, ich habe einfach gerade eine schlechte. Müssen wir jetzt gehen? Möchtest du gehen? Vorhitzen. Und auch du kriegst einen Kurs. Okay, also wen haben wir denn noch? Der ganzen Bagage. Ich sehe gerade keinen. Kann man das schnell explodieren lassen? Also haben wir ja was, wo wir nacheinander sterben hier. Gut zu wissen. Dankeschön, Spiel. Also ich präsentiere Tellerlike hier gerade. Türen kann ich ja vor uns nicht öffnen. Geht das vielleicht jetzt auch? Ne. Gucken wir mal, wie weit kann ich mich hochheilen jetzt mal? Ne, 345 bleibt. Da war ich glaube ich auch gar nicht zu schleichen. Da war ich glaube ich auch gar nicht zu schleichen. Da war ich glaube ich auch gar nicht zu schleichen. Die Ecke waren noch welche gewesen vor uns. Das weiß ich nicht. Ich hoffe keiner fällt mir im Rücken. Das waren zwei oder drei noch gewesen. Draht 41 bin ich schon wieder runter. Okay, schnell weg. Zwei bis drei. Und jetzt kann ich mich auch nicht lange verstecken, weil wie gesagt ich kriege ja da und diesen Malus-Effekt. Ist einer? Hab ich es gerade durchgesehen. Ja, was ist denn da oben? Da ist einer. Ich stehe nicht ran. Der läuft oben lang. Das ist schwein. Wieso wollen wir es also machen? Von oben nicht beschießen. Das war mal schön. Danke, es waren aber drei gewesen in der schlechten Sinne. Da ist einer. Das ist einer der genauen Nahkämpfer. Wie immer ich durchs Glas schieße, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also mindestens einer noch irgendwo. Dein. Ja toll, Spezialagent, aber ich kann nicht auswählen. Dankespielt. Scheiße gegen Smash Up oder das Fallen übelst du. Ich habe am Anfang so viel Zeit getraut. Ich wusste ja nicht, dass ich hier doch das irgendwie anders machen muss. Scheiße. So, jetzt kommt jetzt kurz am lustigsten los. Weil da bin ich vorhin so verreckt. Und das hat mich jetzt wie lang gedauert? Na ja, gut, nochmal 20 Minuten ungefähr. So. Alles drauf was geht. Zumindest ist gerade sowas. Da drüben war einer. So. Ich lasse mal stand nicht hier ungünstig, weil da hat mich einer abgeschossen. So. Irgendwo dort ist... Ach toll. Ich kriege die nicht rein. Okay. Ich muss... Da drüben ist da irgendwo einer. Kundschafter. So. Da drüben kriegen wir einen rein. Wirklich, das ist Selbstmommission hier. Aber jedenfalls. Bisschen Schaden für irgendjemanden. Ich sehe da drüben Schüsse. Da können wir irgendwo einen Optik-Neustart noch machen. Und alle dann bitte nicht kriegen. Okay, ich sehe überhaupt keine Slots. Der Mainframe ist sicher unterm Boden. Ich finde eine Möglichkeit den zu aktivieren, okay, muss ich da machen, was nicht nett war. Okay, wir gehen einfach mal hier wieder hin. Jetzt habe ich natürlich irgendwas weggeklickt, weil ich mich schnell aufstellen wollte. Kann man sich hier irgendwo reinsetzen? Terminal, kannst du es benutzen? Werden wir sehen. Ach, Spider, wir könnten dich jetzt echt gebrauchen. Suchen wir hier nach? Okay, und? Wo? Wo? Nein. Wozu? Ping mal. Das ist mir mal dran. Okay, wir haben C4 aktuell. Okay, wir haben noch welche, der ist umgefallen. Warum auch immer. Oh Gott, von der anderen Seite, vor allem einer. Das hätte böse enden können. So, da sind welche. Obwohl macht man jetzt mal ein paar Vorteile, dass ich hier als Hacker dabei bin. Da bin ich mit dem Mainframe, da sind die ganzen Typen hier geil. Dankeschön. Der nervt auch noch. Da krieg ich den überhaupt nicht rein gerade. Oh Gott. Jetzt. Moin. Überhitzen. Überhitzen. Okay, noch einen kurzen. So, wo sind noch Gegner? Da ist der Slot. Stellen wir ihnen alt vor. Oh, bitte. 36 Läden. 70 Läden. Ich habe einen Exoter. Auf. Seht meine Werke, Mächtke, unterbebt. ...sicherheitssystem aus. Ich habe die Kontrolle. Personalbedrohung neutralisiert. Der Weg nach Mikoshi ist nicht... Oh, habe ich das jetzt... Irgendwie ist das... Nein, das ist nicht falsch. Gehen wir. Oh nein, jetzt muss ich aber gegen den... Arasaka Netrunner haben die Towersysteme gestürmt. Sie aufzuhalten hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Der Weg ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Eine Eliteeinheit ist euch auf den Fersen. Oh, bitte mach einen Schnellspeicherpunkt. Das kann nie wahr sein. Oh, habe ich gerade gespeichert gesessen? Ja. Ja, Leute. Wir kriegen es hin. Ich möchte nochmal sagen, wie gesagt, wir spielen auf... Ähm... Sehr schwer. Oh Gott. Das ist mehr schwer. Halt! Bist du hier? Was ist mit der Tür? Okay, wer hilft mir jetzt gar keiner? Ich brauche keinen Nagel ab. Auf allem so wenig Leben. Der macht... Jetzt greifst du es einmal an. Es ist immer einer, der es abgelenkt hat. Oh Gott. Diesmal habe ich ihn in der Warte. Oh Gott. Und vor allem mit vollem Leben. Ihr seid echt bescheuert. Also ganz ehrlich. Oh Gott. 55%? Warum immer der es jetzt abgekriegt hat? Das weiß ich nicht. Wir kriegen einmal Leben. Dann... Kurzschluss. Oh, nicht noch Gegner oben? Ja, klar. Wacht ruhig. Ist okay. Ist okay. Wo ist das Macher Card? Ich habe ihn gerade nicht im Blick, nimmerweise. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh ja. Alles klar. Hier oben ist noch einer. Noch ein weniges mal. Da ist Smasher. Wir preachen uns mal rein. Vielleicht können wir irgendwas machen. Äh, wo ist E9? Oh Leute, jetzt ist es gerade alles. Warum kriegen wir den dort oben nicht? Warum kriegen wir den dort oben nicht? Wo ist der gerade? Wo ist der? Mal mit dem. Kurzschluss. Was? Machen wir den dort oben erstmal. Was? Das ist über mir? Wieso über mir? Wo geht das? Da hinten irgendwo. Das ist neu, oder? Ich sehe das da hinten. Das ist im Gegenteil. Weg, weg, weg. Oh. Da ist er noch Leben. Oh. Uh. Der geht noch oben, was mit dem? Betritt schnell Mikoshi, ehe er ein weiterer Angriff folgt. Johnny Silverhand lässt schön grüßen. Was willst du mich verarschen? Schluss mit lustig wie. Erledige den Bastard ein für allemal. Johnny's Erzfeind ist erledigt. Ich bin echt gut geworden. Ein geiles Gefühl. Oh, der Kampf war wirklich ein bisschen... Gerade mit diesem Luftschlag, das war neu, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Alter Schwede. Und das Quickhacking hat nicht viel gebracht, außer dieses Blitz jetzt. Aber nichts von außen, nichts mit Ping. Boah. Okay, wir haben noch ein bisschen Leben. Alter Schwede, ey. Das ist schwierig. Können wir jetzt vielleicht mal speichern? Nö, natürlich nicht. Von diesem Ort haben wir geträumt. Suche den Zugangspunkt in der Mitte des Raums. Du musst dich verbinden. Dann taure in Kraftflüssigkeit ein. Jetzt komm. Es ist nicht mehr weit. Komm, das schaffst du jetzt. Ich hab jetzt nicht umsonst diesen... Wie kack gemacht. Riech, riech, riech. Na komm. Keine Ahnung wie. Aber wir haben es geschafft. Ja, das weiß ich auch nicht wie. Ganz ehrlich. Puh. Da war es. одна beispielsweise. Da war ne MOOC.